unter mir ich sehe ich habe sie leider nicht getroffen aber hier ist ein M-O-Sandy, ich wusste doch hier fährt irgendwo einer voller Wucht einfach rückwärts, der hätte mich fast überfahren, das hätte ich unkühl gefunden wer ist denn hier wieder gar nicht Neo, Shinki und Hack Templar aber ich muss laufen ja, Leitling Kill Leitling Kill Assist oh, jetzt bewegt er sich wieder wo ist denn der jetzt hin? Mist also die Türme sind sauber und hier den Medic rausgenommen direkt dass die Türme sauber sind ja, und wir haben auch die Panzer ziemlich zurückgedrängt ja, bist du schuld ein Stück steht verkehrt herum, gut, das ist egal, da taugt eh nix dann Alter, ich habe gerade jemanden gegen den Chang'an gewonnen, Alter aber den habe ich gar nicht ans waaaaaah, mann was ist denn da los? ne gut, die kann sich ja nicht verwehren doch? ja, wenn keiner drin hockt, nicht doch, das saß einer drin da hinten dran steht direkt weil ich der Leitling fährt raus und von mir einfach direkt auf brennend geschossen und die anderen haben identifiziert das ist der Bossi, das ist der Bossi und sie ist einfach gegen die Galaxie geflogen und explodiert ja gut, das ist halt dämlich so dämlich und der nächste Leitling konnte explodieren, wie alt ist es ja, ich bin jetzt auch gleich mal endlich in ihrer Position, wo ich was treffen konnte 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 so viel Eisen, wie du hast bisher noch nichts getroffen nein weil ich alles zu viel rumlaufen oder ne gegen rumglitchen hat er hier nicht irgendjemanden scheiß Sandi mit ammo? oder ist der inzwischen schon explodiert? wow, Meisterschütze der Sandi da drinnen brennt explodiert what the fuck so, der Sandi ist da jetzt, könnt ihr dann reinkommen, wenn ihr wollt ja, was sind da die, ey oh Gott, da hinten stehen halt noch ein Haufen Braula ja, die kommen jetzt, also die Leits, die kommen jetzt, da wird es rausgefahren zur Lebensmühle, wie sie sind ja, die sind gerade auf dem Weg zu euch erste Leit down schwere down äh ah, scheiße ich versuche gerade den Inchi zu töten, der wurde wieder repariert ha, ich hab einen Lightning-Kill Junge, da bringst du mhm irgendjemand wallert mich ab von links ach, leckt mich ich kann da daneben geschossen, Idiot ich treff, oh, da oben ist noch einer Sack, Bäm wie bei den weggesniped mit dem Panzer nein also mit dem Panzer GD mach ich ja KD-Aufbesserung à la grande ja, mach ich auch gerade, ich bin jetzt gleich positiv wieder ich hab glaube ich gar einen 10er Killstreak oder so boah, man das ist halt meine eine meiner Dis... Hardcore Disziplin Snipern, das kann ich einigermaßen ja, das habe ich heute auch auf eine 15er Küssstück gepackt ich muss sagen inzwischen habe ich mich eingeschossen mit der Boltzniper jetzt treffe ich auch schon Leute, die laufen ja, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr spielen würde, würde es glaube ich auch besser sein ach boah, ja da liegen viele Minen da vorne eine ist weg vom Normans the Blue schießt dann lauer nicht die Verbundeten irgendwie und schreit dann sorry rum boah boah, oh man, das macht dann nichts auch verdienstabzeichen, Truppführung ja ich hab nur noch 7 Schuss, ich sollte mal zurück und ammo holen wir sind jetzt drin, oder unser Trupp ist wenigstens einigermaßen drin und pass auf, da kommt einer auf dem Turm hoch wer weiß ich auf der anderen Seite ist gerade ein über die Berge gekommen der ist innen drin, der ist jetzt gleich oben der ist oben also ich gebe mir jetzt ein ammo bis sagen ich habe angehittet ist eine schwere so eine scheiße Vanos Guide hinter mir ich sehe ich habe sie leider nicht getroffen ah, der hier ist ein ammo Sand, ich wusste auch hier fährt irgendwo ein noch an und wer ist es? das ist natürlich Bad Boy Skill wer sonst? du musst eine XP-Farm hat auch gesagt da muss er jetzt immer mit ammo Sandys rum fahren unten ist noch was da ist auch schon wieder in Deckung da steht keiner, da steht keiner aber meine Position ist noch beliebter geworden aber ich glaube wir haben sie jetzt hier raus gepuscht Alter das wäre ruhiger die lecken auch ey was da jetzt ruhig gesnappt geil ich auch, scheiße jetzt wo du es gerade gesagt hast wollte ich in Deckung gehen dann kommt der Healer-Level-100er der hockt hinten dran nur drei Kills ja gut, war schlecht ein bisschen schwach auf der Brust, ne das ist ein bisschen schwach auf der Brust das muss ich jetzt besser machen aber der hockt glaube ich hinten dran dann bin ich zu weit weg what the fuck alter die Diktion sind noch so unscharf ich muss näher ran oh den hätte ich aus der Luft gesniperrt im Panzer wenn die nicht andere sniper in der Luft weg geholt hätte der wurde er auf dem Turm wollte ja na den habe ich umfallen sehen hast du den Panzerschuss gesehen? ja der wurde drüber geflogen ich weiß, dann habe ich noch die Rakete gesehen ja ja die hätte ihn voll getroffen wäre er nicht verreckt so jetzt wo ist dieser Wunder der Sniper der ist nicht verkehrt der ist auf dem Dach oben der Pister ja sicher? irgendwann balladen mich doch von da oben ich hab grad abgewacht ich hab grad an warum ist der Scheiß-Inchie-Torrent warum ist der Scheiß-Inchie-Torrent weggeholt ganz oben auf dem Berg zwei Stück zwei Inchies da oben weißt du? ja ne gehen mir ich hab'n gesehen ich hab'n gesehen oh man haben die jetzt Sniper da oben stehen Scheißer ja auf den Scheiß-Inchie-Torrent die Pisse ja weißt du was ich will ich seh'n holen ich seh'n gar keinen und plötzlich werde ich wegessen hat ey oh pass auf wenn von links kommen sie sind über den Berg drüber wer kommt von links zwei Trupp also zwei Mann sind da gelaufen von links über den Berg darum steht wieder ein Geschütz und ein Wingard ja die sind glaube ich die haben sie jetzt hinter den Berg hochgeschoben oh wenn ich hätte jetzt getroffen werde bitte so letzte Aktion leute letzte Aktion von mir ach Gott das ist mit aber wird nur eine kurze Aktion weil da ist zu viele Mossys rumfliegen etchia ne nicht noch versuche ich schon die ganze Zeit Mossys runter zu holen aber ich treffe es denn nicht hapala jetzt bin ich gleich down jetzt muss ich raus und bin natürlich keine leichte und sterbe hopp oh 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 mein Gott ja die pushen uns wirklich raus hier ganz hart aber ja jetzt ich habe wieder einen weg geholt ich schulde dir was mit meinem Panzersniper ich könnte natürlich auch sehr vernehmen und die Gegner tot zu werden aber warum sollte ich wenn ich auch mit der Panzerbrechenden Ammo die Infanteristen wegballern kann wo wissen du wo wissen du mal noch hier auf dem Berg grüß da bei uns am Sandy bei uns am Sandy bist du im Weingarten ey bist du im Weingarten ey ich hab ein Lightning ich hab ein Lightning nimm dir die ich versuche die Max oh da ist ein Leid down ich sehe nur was abblitzen da ist er ah da lauft er wieder weiter da ist einer auch wieder weg jetzt kommen viele Gegner langsam ja die kommen von hinterm Turm vom Linken zum Kompi und wieder einen weggessen hat und wieder einen weggessen hat da ist er oh yeah wunderbar nein nehm am Kopf vorbei na komm ey